17. Tag im Frühling, Koralle bringt uns 80, Koralle bringt uns selbst mehr als dieses scheiß Lachsbären da, echt ey, voll ärgerlich, 18. Tag im Frühling, okay, dann, einmal den Wetterbericht, morgen wieder ganz klar, soll nix sein, alles klar, Warsaga, willkommen bei Warsaga, die Geister sind heute live, oh man ey, vielleicht wahrscheinlich hätte ich gut sein, willkommen beim Leben vom Land, die sind wieder mit einem weiteren Tipps, oh ich spitzt, also die Ohren, ah, erfrischender Regen, der beste Freund des Bauern, wenn es regnet, brauchst du dir irgendeine Bewässerung unserer Fonsen, keine Gedanken machen, nutze die es zu deinem Vorteil, das hab ich schon ganz oft, aber danke für dich, ah, wie alles wächst und gedeiht, ich find das so schön, das ist so schön einfach, wirklich, also ich find das wirklich hübsch, wirklich, wirklich, wirklich hübsch, so, warum, weil die Erdbeeren jetzt hier nicht gelassen, ich frag mich jetzt wie lange auch die Erdbeeren hier noch orgen, bis sie, äh, huch, da ist ja auch noch was, hab ich vergessen, das zu, äh, hab ich vergessen, das zu gießen, ich hoffe nicht, man sieht es, ich hab das gar nicht gesehen, ey, ich kann, es ist nachgespüßt, ne, ich hab das schon gleich gepflanzt, oder, und gerade, ehrlich gesagt, bist du sicher, ehrlich gesagt, so, jetzt will ich hier ganz schnell gießen, meine Energie wieder auffüllen, mit, ähm, mit Essen, dann will ich schnell, ganz schnell und geschwind, so, den Tick muss ich auch noch guten Morgen sagen, ganz schnell und geschwind in die, hallo, in die Höhle, und dann, und dann, und dann, und dann, und dann, und dann, nein, schon wieder leer, was? Okay, so, gucken wir mal, dass wir mit 9 Uhr hier los können, das wär ganz geil, so, nein, oh, scheiße, wieder vergossen, also, nicht vergossen, aber verschwendet, in der Hinsicht, nicht, was Blumenkohl bringt, und dort ist auch viel Geld, na, wobei, das war nicht so teuer, ne, Blumenkohl, hab ich viel gebracht, ey, das ist so erstaunt, einfach, wenn ich jetzt hier, nur ein bisschen mehr Grünkohl noch raushauen kann, ich hab hier nur 4 verkauft, von 14 oder sowas, oder von 15, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie viel ich noch übrig hab, so, jetzt müssen wir erst mal, so, jetzt essen wir grad mal, hallo, achso, so, ja, nom 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 nom, nochmal, ja, dass wir die Energie jetzt wieder haben, dann können wir jetzt gut gestärkt, nämlich dann in den Dings gehen, ah, geil, guck mal, so, und jetzt machen wir so, jetzt tun wir die Gießkanäle, und jetzt nehmen wir nochmal, die sind ja um, für umme, muss man ja immer noch dazu sagen, für umme, ne, und, äh, ich glaub, die Axt brauch ich nicht, das kann ich hier lassen, warte mal, warte mal, warte mal, ähm, okay, so viel Zeit muss sein, ich muss meinem Hund noch Wasser geben, so, hallo, ja, hi, so, so, großer, jetzt geh ich aber in die Höhle, okay, komm mal mal wieder, musst dir also keine Gedanken machen, ja, also ich komme bald wieder, kleiner, okay, tschüss, Tick, so, achso, der Baum ist ja eigentlich voll, nicht voll mit seinen Erzeugnissen, so, wenn wir jetzt noch mal Lauch finden, und nehmen wir den gleich mit, ohne Punkt und Komma, ich hoffe jetzt nicht, dass wir hier Würmer finden, ey, das wär kacke, bitte keine Würmer, aber hier finden wir nochmal, Bären, das ist doch gut, Lachsbären, yes, so, Höhle, 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 tralala, so, weil wenn wir jetzt Koffer finden, nehmen wir Koffer nämlich gleich mit, alles, 25 Koffer, ey, das würde ganz schön so unterfangen hier, besonders viel Zeit haben wir halt nicht, so, und vielleicht haben wir heute, ach nee, wir haben heute kein, Ah ne warte 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 9, äh 15 So und noch 5 Level Oh Alter Alter, 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 komm 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 her du Unbedingt ein besseres Schwert Dass wir die einfach so weg snacken können Ach ich muss ja eh auch passen Weil hier gibt es ja diese doofen Äh Bei denen muss ich auch noch Bei denen muss ich auch passen Weil wenn die so getriggert sind Bei denen muss ich richtig aufpassen Weil äh Oh nein 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 Ach Gott Weil die können sich in so ein Konkon Einspinnen und dann ist rum Dann ist richtig rum weil Ach komm, ehrlich jetzt Binden wir hier gleich die Treppe oder was Das find ich geil Ist ja ja mega cool Ich würde jetzt aber gerne mal Kohle oder sowas Da wir ja nicht so viel Glück haben Okay komm, gehen wir gleich runter Also ich brauch ja eh So, kaputt okay Ach wie geil Das ist ja auch schon gleich eine Treppe Das find ich mega und Quarz und überhaupt So Okay Weil wenn die abhauen Ähm Entschuldigung Weil wenn die abhauen Die Viecher Wollen die sich in einem Konkon einspinnen So So wie jetzt 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 So Na Weil irgendwann hauen die nämlich ab Wollen sich in ein Konkon einspinnen Und dann werden die zu diesem doofen hässlichen Fliegen Und das ist Au 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 Das ist dann mega doof weil ähm Ah da ist wieder so ein scheiß Wurm So komm 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 Ja komm komm Yes Oh ne Kirsche Wie geil Wu Äh Oh Glück hab Genau und dann manchmal passiert das Das ist richtig doof wenn das passiert weil Oh nein Aaaaa Komm Oh Gott, sorry, weil wenn das so grünlich wird, dann, sorry, ich bin grad so konzentriert, weil ich so aufgeregt bin, dass das geklappt alles, das finde ich so mega gerade, das freut mich voll so und wenn ich jetzt hier auch noch genug, shit, die können ich nicht mehr benutzen, da kommt wieder so ein Scheiß hier, warte mal, wir können mal das hier machen, das kriegen was so in der Natur, ah, naja, wenn das so grün wird, dann ist das Problem, ah komm, dass ganz viele von diesen Fliegen kommen, das ist quasi wie so ein, sag ich mal, Mini-Raid, der dann auf den Weg zu dir macht und kommen ganz viele von denen und man muss halt quasi so eine riesige Luft von den Viechern abhalten, so, 25, ey komm, das kriegen wir vielleicht hin, er braucht das eigentlich nochmal, sammeln, einen Tag, äh, Clint, wer ist Clint, einen Tag, ich glaube aber, ich kann das vergessen, weil ich hätte gestern schon in die Mine gehen sollen, nur das hätte ich einfach nicht mehr geschafft, so, komm, jetzt zeig ich dich, jetzt zeig ich dich, yes, so, nehmen wir den Quarz mit, so, hallo, so, darunter, ich würde halt gerne so einen Ring jetzt mal finden, das wir, ach, geil, ist ja geil, äh, Inventar voll, das heißt, wir finden hier irgendwas, ja, Kohle, stark, okay, gucken wir nochmal da hinten, hier ist sonst nichts mehr, Kirschbombe können wir nochmal benutzen, dann später, für Dinge, aber geil, genau das, was wir brauchen, ach, guck mal, yes, alles weggemacht, alles weggemacht, alles weggemacht, komm her, komm, blöde Fliege da, so, oder Biene, oder was ihr auch immer seid, aber, keine Ahnung, scheiß Viecher, ach, ich glaube nicht, dass wir heute noch zu Clint kommen, komm, so 17, oh, was ist das denn, was ist das, yes, so ein weiß, alter, komm, geil, ey, was bringt die, oh, bringt die viel, gut, dann nehmen wir die mal, ja, hier ist schon gleich die Leiter, und da neben wir hier, ah, nice, ein Topaz, ein Topaz, Topaz, da ist Frühstück, shit, Topaz, nee, Topaz, äh, warte mal, Topaz, war das nicht irgendwas auch zum Essen, mal, so in, im Real Life jetzt, also, ich rede hier vom, das ist jetzt die Real Talk, Leute, Real Talk, ähm, ja, gut, ähm, war das nicht mal was, war das, oh, warte mal, hier ist eine Lore vielleicht, uh, die sind auch regelhaft, die sind so widerlich, die sind nur verletzlich, wenn die laufen, sonst sind die nicht zu verletzen, was, bist du irgendwie dumm, oder was, komm her jetzt, ach, krass, sind wir da auch noch, ja, komm her, ja, dumm ist sie, dumm ist sie, dumm, jetzt schaffst du es auf einmal gegen mich, oder, dumm, dumm, geh weg, yes, ausgemerzt, alter, ey, du bleibst da oben, ja, da oben bleibst du, da oben bleibst du, bleibst du, yeah, guck mal, da ist ein Lore wieder, nice, manche gibt es hier auch Wichsäcke, da sind dann Ausrüstungsgegenstände drin, das ist auch sehr cool, so, aber sonst ist hier nichts, äh, dann können wir eigentlich die, äh, Treppe hier unten nehmen, weil, Gründe, äh, hier unten, da oben meine ich, so, macht's gut, ihr Trottel, oder, ah, komm, wir nehmen die, so, jetzt sind wir hier, jetzt, äh, nehme ich mal einen Lauch, ja, auf jeden Fall, nehmen wir jetzt mal einen Lauch und nehmen mal eine Beere, eine Lachsbeere, joa, können nochmal eine nehmen, joa, warum nicht, wir sind saupraktisch, ey, muss ich mir unbedingt mehr, ah, scheiße, ich bin voll, komm, wir holen das hier weg, ich glaube, ich brauche auch keine Slimes mehr, oder? Oder brauche ich nur, ah, nee, ich brauche Slime, ich brauche unbedingt Slime, Slime, bewahren, brauche ich für die Höhle, 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 Höhle. Hallo. Achso, komm hier vorbei, okay. So, hoffen wir jetzt, dass hier alles... Oh Gott. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Nein, genau das ist passiert. Genau das ist, das ist passiert. Nein. Hau ab, hau ab. Alter. Ernst auf jetzt. Komm, komm. Komm weg, 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 weg. Genau, hat er sich hier nämlich zu einem Kupon entwickelt, der Gute, der dir das Gute, so, warte mal, ich kann hier nichts wegwerfen, ey, so, erstmal das hier, ich weiß jetzt nicht, was hier liegt, ob hier noch Kohle liegt oder, nee, Kohle kann hier nicht liegen, sonst hätte ich es eingesammelt, so, gut, dann, ja, doch, das hier brauche ich, so, dann, bum, bum, ich hätte es auch nicht mehr machen können, ey, ah, guck mal, Kohle, so, guck mal, manchmal, in den Dingern hier so, ist in der Mitte dann manchmal so ein Schatz, so, und wenn das der Fall ist, so, ich habe nur noch einen Tag, glaube ich, ne, so, was nämlich der Fall ist, ja, ich weiß, dass ich, ah, geil, guck mal, da ist sogar die Treppe, die können wir, hallo, Clint, wo war eigentlich der Clint, 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 die es tut, wo ist der Clint eigentlich, das ist nicht Clint, ist ja, wir haben, 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 wir haben Clint. Oh, nee, Clint. Clint, wer war denn hier? Clint? Leute, ey. Hä? Da ist nix okay. Äh, George, Alex. Ja, Caroline. Was Bürgermeister ist? Nein. Emily, Sam, Clint. Caroline. Äh, Gemeinschaftszentrum? Sebastian Maro? Nee. Hä? Schmied. Ist der Schmied Clint? Kann es sein, dass er Schmied ist? Kann es sein? Kann es sein? Kann es sein? Kann es sein? Ist das möglich? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es echt nicht mehr. Shit, ey. Wurde ich merken, wer Clint ist. Blöden Messgera. Weg da. So will es jetzt halt nur, wenn ich jetzt hier langlaufe. Es ist, ich kann es auch nicht mehr. Oh, toll. Holz. Oh, das hat er noch. Und noch ein Ring. Okay, äh, Leute, jetzt müssen wir ein bisschen... So, und die, ähm... Okay, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Gut, äh, Steine müssen wir jetzt auch leider wegschmeißen. Was ist das für ein Ring? Kleines Licht. Yay. So, Moment. Und was bringt der Ring? Den will ich jetzt mal gerade... Was bringt der? Mit einem Radiusausnahme von Gegenständenleiten. Yay. Okay. Äh, das behalten wir auch mal. Da ist Hartholz, so. Zum Beispiel gucken. Ähm, warte mal, dann naschen wir jetzt einfach den Lauch weg. Ja. So, können wir den jetzt nochmal wegnaschen? Ja. Yes. So, okay, sehr stark. Und dann gehen wir runter zu 20, Leute. Jetzt habe ich die Steine halt weggeschmissen, aber das ist mir gerade Schnuppe. Weil, Gründe. Weil diese Karotteln, die brauchen wir, nämlich die Höhlenkarotteln. Weil die können wir nicht auch diesen kleinen Viechern geben. Nur das können wir dem Gunter erstmal geben. Die Amnethist. So, und... Ah, fuck. Ich bin voll. Besseres Schwert. Nice. Nice, Leute. Richtig, richtig geil. So, das bleibt jetzt, glaube ich, hier nicht liegen. Aber wir haben besseres Schwert gefunden. Oh, ein Stahlschwert. Das können wir nicht mehr nehmen. Okay, warte mal. Null. Wenn ich jetzt runter zu 20 gehe, liegt das da immer noch da? Es ist weg. Fuck. Okay, jetzt ist rum. Alles klar. Und ich weiß jetzt nicht. Clint ist jetzt, glaube ich, Penn. Ah, vielleicht ist Clint unten in der Kneipe. Komm, dann gehen wir mal runter in die Kneipe. Guck, jetzt haben wir den Ring. Jetzt haben wir den Leuchterring, ey. Mega, ey. Das feiere ich gerade unheimlich. So. Nein, Mann. Alles klar. Ja, Mann. Bei dir? Ja, Mann. Alles cool. Geh weg, geh weg, geh weg. Musst du Clint. Musst du Clint. Musst du Clint. Macht mir Platz. Ich muss zu Clint. Vielleicht ist der unten in der Kneipe. Schnell, 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 schnell. Los, los, los. Beeilung. Nein, 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 nein. Vielleicht läuft der jetzt hier lang. Weiß nicht. Ich hoffe es. Nein, ich bin hängen geblieben. Verdammt. Oh, es wäre so schön, wenn man sehen könnte, wo die Leute sind. Ich glaube es. Nein. Es Clint hier. Yes. Das ist der Erzgebäude. Ja, das scheint in guter Qualität zu sein. Du kannst natürlich behalten. Ich wollte sie nur sehr ordentlich gut. In seiner Bezahlung, wie versprochen. Yay. Ja. Geil, ey. Wir haben die Erze behalten. Nice. Oh, hier noch eine Beere. Sehr stark. Sehr stark. So, jetzt können wir jetzt gerade noch. Jetzt haben wir ja noch Zeit. Oh, jetzt ist geil, ey. Jetzt habe ich auch den Ring. Oh, das hat sich mega gelohnt. Das hat sich echt mega gelohnt. Die Höhentour. Die MC-Höhentour. Die hat sich jetzt echt gelohnt. So, jetzt können wir nochmal gucken, ob wir jetzt hier, ähm, ach guck mal, Hartholz können wir jetzt, ach geil, ey, Naturgut. Ja, ein spezieller Hart von Bla, Schnauze. So, äh, so. Gut, dann, äh, warte mal, dann können wir jetzt, äh, ja, so, hier, äh, so Hartholz tun wir hier rein, die Höhlenkarotten tun wir da rein. Das hier tun wir rein, 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 das hier tun wir rein. Achso, ich habe ja schon welche von mir aufschimmt. Ähm, das hier tun wir rein, die Ode tun wir rein, das tun wir rein. So, das können wir jetzt nochmal rausnehmen. Weil dann können wir jetzt nochmal den Rest von, äh, ah, warte mal, ich will jetzt nochmal den Rest vom Schützenfest machen. So, dann können wir aber auch das Schwert hier rein tun, weil ich brauche nämlich dann die Axt wieder und ich brauche das und das und das wieder. So, dann für den nächsten Tag und dann können wir das gerade nochmal umsortieren hier. Also, am Anfang war die Ho. Machen wir, machen wir so und, warte mal, machen wir das hier. Das hier ganz zum Schluss nehme ich. So. So, uch. So, komm. Yes. Machen wir das gerade jetzt nochmal fertig hier. Machen wir jetzt gerade hier die Kupferbarren, die bringen wir dann nochmal hier rein. Hier hin nämlich. So, dann können wir nämlich im nächsten Regen, und wenn wir genug Geld haben natürlich. Moin. Dann können wir, oh, wir haben zwei gehoben wieder. Dann können wir natürlich schön, richtig, richtig schön die Dings hier machen, die, ähm, sag schnell, die, oh, oh, ich bin müde, okay. Äh, es ist spät, dann müssen wir jetzt schlafen gehen. Dann, komm. Ja, sehr stark. Dann gehen wir jetzt schlafen. Und gehen ins Bettchen, Puppettchen. So. Gute Nacht, Tick. Level Up, Minerbeinerstufe, Spitzhackeneffektivität, neue Rezepteherstelle, Treppe, yeah.